Hallöchen Leute, willkommen zurück zur 61. Episode meines Let's Base Dark Souls 2 Skull of the First Scene. Wie versprochen machen wir weiter bei den Gruft der Untoten. Schauen wir mal, wo wir uns eigentlich jetzt hier hin bewegen müssen. So, was für ein bisschen hier, Joggen und Skelett. Yeah, was für ein wunderschönes Skelett. So, ich werde hier erstmal jetzt mal wieder ein Menschenbild reinfressen. Oh, ich weiß, ich tue mich diesbezüglich dann auf einen scheiß PvP-Modus einlassen. Diesbezüglich, aber mir ist es soweit wurscht. Wenn mich halt jemand involvieren, soll er sich involvieren. Ich habe eh nur 15 Seelen. Das ist mir egal. So, dann schauen wir mal, was uns hier finden oder was wir nachher noch finden werden. So rumgesagt. So, gut gemacht, aber versucht rechts. Schlüssel bitte benötigt. Ja, wir haben doch einen bekommen. Oh, hallo, ihr Dicken. Hallo. Hallo. Wer wird aktiv? Der. Komm. Komm. Komm raus. Wow. So, jetzt. Aber. Sehr gut. Der erste ist kaputt. Komm. Komm. Oh, jo. Buh, 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 buh. Wow, du bist aber schnell unterwegs jetzt, ja? Oh, ein Back-Zapper und das war's. Sehr gut. So, was ist denn hier? Versucht einzig auf irgendwelchen Stoß? Ja, das mache ich ja eh Stoß in den Rücken. So. Das machen wir mal weg. Das war nämlich ein bisschen Öl. Hallo. Das geht ab. Gibst du mir eine Fackel? Hab ich mir fast gedacht, dass es mir eine Fackel gibt. Hurra für Fackel. Jawoll. Oh. Was ist denn das bitte? Guckt euch den an. Wow. Okay. Das lasse ich einfach jetzt mal still so. Ich hole mal meine Giftpfeile raus. Heftig. Was ist denn das für ein Freak? So, der darf mal seine Flanke aufmachen. Bitte. Hallo, warum kann ich ihn nicht anvisieren? Oh. Oh. Ich habe ihn nicht vergiftet. Was geht hier an? Hä? Warum vergifte ich ihn nicht? Warum lässt er sich nicht vergiften? Die meisten Gegner lassen sich vergiften. Wichser ey. So, schauen wir mal. Kann ich nicht backstappen? What the fuck? Alter, 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 alter Falter. Alter, Walter. Das kann doch echt nicht abgehen. Oh. Ein bisschen Energie holen. Und jetzt. Nein. Warum? Ich kick nicht mit den. Den hier hin. Obwohl ich. Meine Güte. Den kick ich echt nicht mehr gebacken so wirklich. Omas Großschild. Hey. Guckt euch das an. Für dich witzig. Oh. Nochmal Lebensstern. Ich habe ja genug von denen. Oh. Hallo. Wie sieht er aus? Ah. Das. Das sind jetzt Leute. Die mir helfen wollen. Okay. Und super. Und da kommt der finstere Geist. Wo ist er? Okay. Für dich nicht witzig, dass der Trick jetzt hier herkommt. Woher? Komm her. Also du hattest, glaube ich, nix drauf, wenn ich mich irre. Ne, net wirklich. Net wirklich. Du hattest nix drauf. Ah fuck. Yes. Ich habe backgestimpt. Trottel. Oh, wow, wow. Der legt los. Der legt sowas von los. So, Lebensstern. Hallo, ich drück X. Dann mach mal Lebensstern. Meine Güte. Ich hasse sowas. So, zweimal. Fuck. Jetzt wollte ich ihn parieren. Ah. Ich wollte ihn gerade parieren. What the fuck? Da wart man, da war man genau in dieser scheiß Ding drin. Komm. Yes. Hallo, jetzt. Nein. Nein, 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 nein. Fuck. Fuck. Das war nicht schlau. Oh, Lebensstern. Komm. Ja, ja. So. Ah, ich muss raus. Ich muss hier raus mit ihm. Oh, ich muss ein bisschen mehr Platz haben. Genau. What the fuck? What the fuck? Was mache ich? Der hat auch nichts drauf gehabt. Das war einfach nur Dummpatzaktion von mir. Das war sowas von unschlau, wie ich das gemacht habe. Echt? Die sind jedes Mal wieder da? Okay. Komm. Guck mal, wie viel Grad von diesen Geister da sind. Das ist richtig fassbar. Jetzt. Gradius. Oh, komm. Naja, ich weiß, ich weiß. Lass was fallen. Sie gab es immer noch so bestimmt. Aber was haben wir hier? Seins Helberte. Die Helberte. Öh, super. Scheiße. Sehr gut. Hallo. Was geht? Ich hab gehört, du willst eine Party haben? Mal schauen. Ich find's immer noch unfassbar, dass ich den nicht vergiften kann, ne? Das ist echt gradius. So, jetzt packt er da rum. Völlig gut. Komm. Nee, ich treffe ihn nicht richtig, deswegen. So, durch die zwei Schilder hat er eine minimale Flanke. Wo man rein trecheln kann. Achso, ich hab ja noch den hier. Ah, Mann. Verdammt. Ich muss doch mal das Tracking-Schwert umrüsten. Ich wollte mal eine andere Waffe ausprobieren. Aber die Coil ist immer noch mal eine Lieblings-Hasse. Points. Points. Guck durch das ab. Was? Mist, wie? So, jetzt schnell umrüsten. So, wo ist mein Tracking-Schwert? Wo ist mein Tracking-Schwert? Da ist mein Tracking-Schwert. So. Mal schauen. Von der Ferne. Ich werde das jetzt von der ganz Ferne machen hier. Von hier. Ich werde hier jetzt vergiften, die Wichser da. Und vier. Haben wir es endlich. So, die erste ist... So gut wie down. So, die erste ist down. Aber super. Jetzt kommt die nächste. Jetzt ist aber mal scheiße. Super. Komm. Kriegst du es hin? Ja, komm. Drei. Und nochmal. Vier. So, das geht gut, oder? So. So sollte es sein. So, das war es mit dir. Sehr gut. Oh, da haben wir hier einen. Oh, was hast du? Oh, das war es mit dir. Sehr schön. Sehr gut. Wow. Der wird sogar aggressiv noch. Vogel, ey. Der Frogger vom Dienst. Komm her. So, was ist denn hier? So. Ah, Triklops ist scheiß Dreck. So, jetzt haben wir irgendwo gesehen, dass doch hier einer gewartet hat zur Unterstützung. So, den holen wir uns doch beisammen, da ist er doch. So. Ja, den hätte ich schon früher gebraucht. Der ist von home. So. So. Jetzt haben wir mal Hallo. Verbeugen. Guten Tag. So, dann laufen wir mal weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Verlassene jetzt wiederkommt. Oder ob der jetzt fern bleibt. So. Nebenstein. Mal bereit machen. So, Vorsicht vor Fackeln. Aha. Warum? Lückner voraus. Okay. Halt. Also, mach kein Licht, okay? Okay. Alles klar. Geh ruhig bleiben oder versucht Fackel. Okay, Fackel jetzt, okay? Exzentriker. Wo, wo, wo. So, Backsteller. Halt. Wo, wo. Sehr gut. So, lass mich mal durch. So, was haben wir hier? Große Seelen eines namenlosen Soldaten. Oh. Hey. Was geht ab? Welcher der Kopf? Okay. Countless dead, rest here in the peace. Cradled by the comfort of dark. Light. Only agitates. Ich bin ein Finito. Wir schüren die Todes und schüren über den Todes. Diese Aufgabe wurde mir gegründet, von dem jemanden, der zuerst geht. Einige Menschen hier stehen. Einige waren riech, andere poor. Einige, einige, aber nicht. Sie kamen für ihn? Du findest ihn deeper in der Mitte. Viele Kastel-Servantes und derjenige haben ihn, aber sie stehen hier. Vielleicht ist er nicht in der Mitte. In der Vergangenheit, die Menschen waren mit der Dunkelheit. Der vorherrige König der Lichter hat. Wie viele Menschen sind. Hi. Dieses Ort ist willkommen zu allen. Obwohl die Todesreferenz die Todesreferung angeboten ist. Er akzeptiert. Sag mir, was du möchtest. So, was haben wir hier? Menschenbilder können wir hier kaufen. Interessant. Und Magie interessiert mich eher. Geste lernen, auf jeden Fall. Alles klar. Der redet sonst nichts mehr. Alles klärchen. So. Dann haben wir das soweit hier geklärt. Dann machen wir hier weiter. So, weiter geht's. Ins Eingemachte hier. So, was geht hier ab? Okay, da geht's weiter hoch. Oh je. Okay, hier müssen wir aber Fackel anzünden. Hier müssen wir Fackel anzünden. Das mache ich auch jetzt. Tütütütüt. So, da leh. Machen wir hier. So, hier Fackel einzünden. Warten wir ein bisschen mal Licht hier. Und dann wird's so. Ansonsten mal die um... Oh, hallo. Okay. Oh. So. Oh, jetzt. Jetzt. Gesterben. Frigate, ey. So. Gut. Was haben wir hier noch sonst? Hier geht nichts mehr. Und dann gehen wir... Hallo. Lass mich rein. Komm. Geh mal in den Nebel rein. Ist bestimmt Boss-Time, oder? Ne, doch. Und so. So, oder doch. Sieht irgendwie ganz, ganz merkwürdig aus hier. Okay. Okay. Wie kommen wir hier durch jetzt? Aha. Achso. Steine kaputt. Alles klar. Okay. Verstehe. Okay. Okay. Hopp. Skelette wissen wir ja. Machen wir es so kaputt. Jetzt. So. Seeleines Helden haben wir hier. Erstmal ein bisschen Steine kaputt machen. Jetzt. So. Glattiger... Ist schon wieder ein glattigerseitiger Stein. Okay. Ah, hallo. Was geht ab? Oh, jetzt. Zack. Sehr gut. Oh! Oh, ist der auf einmal aufgetaunt? Das war ja echt ungefähr. Der ist nämlich einfach so plötzlich aufgetaunt. Oh, okay. Heftig. Ich kicke jetzt hier ab. Jetzt verstehe ich es. Was hier so schwer sein soll. Oh, da oben. Ja, ja. Alles klar. Was geht hier ab? Oh. Göttlicher Segen. Ich fuck mich wie man da hochkommt. Super. Finsterer Geist. So. Sehr gut. So. Sehr gut. Fuck. So. Jetzt. Ich muss jetzt irgendwie den da oben anmischen. Oh. Oh. Jetzt. Sehr gut. Jetzt hat er es. Oh, komm. Ja. Ja, sehr gut. Oh mein Gott. Hier geht es ab wie Schmitzkratz gerade. So. Sehr gut. Meine Güte. Das ist ja echt nicht mehr normal. Mann. Also hier, was wir hier finden, das ist ja echt gradius. Super. Warum weg die? Scheiße. Scheiße. Okay. Hier muss man nicht aufpassen. So. Und jetzt hier weiter. Oh. Was haben wir hier noch? Kleidigerseitiger Stein. Ach, guck mal. Da ist es. Oh. Da ist es. So ein scheiß Geist. Wir sehen schon. Schon. Schon wieder ein finsterer Geist. Unfassbar. Das geht. So. Oh. Battle-Time hier. Aufmachen. So. Wo bleibt der? Wo bleibt der Assi? Das ist nämlich kein normaler finsterer Geist, glaube ich. Oh. Also er baut ein bisschen länger hierher. Ach, guck mal, da ist noch einer. Ah, und da ist ein Leuchtfeuer. Cool. Rufen. Oh, Leuchtfeuer. Lassen wir mal? mich raus hallo so ich frage mich wirklich wo der finsterer geist ist, weil eigentlich müsste hier noch einer sein jetzt, weil wir haben hier ordentlich gemäß hier alles aufgerissen, blauflamme ok so, menschen wird vergattet wow, woher wird er vergiftet was ist mit dem los so aha dahinter habe ich schon etwas verbessert oh Gott, wie schlecht bist du bitte so das ist ja echt heftig, dass du da um bist oh, aber eine Kiste haben wir hier gefunden ok so ab runter schauen wir mal, ob wir jetzt nochmal hier ein Symbol finden auf dem Boden ob er wieder existiert oder was? ne, da ist wieder eins sehr gut so, Alexia ja, ich frage mich wirklich wo der finsterer geist ist so was hast du? so heftig heftlingslunge so, rufen wir jetzt immer hallo guten Tag und los geht's und los geht's komm gehen wir weiter so wir haben hier alles soweit geklärt so, ansonsten haben wir hier nichts mehr so, irgendwo muss jetzt hier ein Assi sein irgendwo muss doch hier der Assi sein jetzt der Mann, der muss Stress schieben irgendwo muss der jetzt sein irgendwo hieß es, dass es hier ein finsterer Geist gibt oder ist er wieder ab what the fuck Lehmstein wow ok alles klar jetzt geht's hier rund hm 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 oh sehr gut und jetzt auch sehr gut sehr gut Maestro so, okay, da geht es tief runter hallo, danke ah, da wartet der Wichser so, sehr gut oh fuck ich muss aufpassen nein nein da ging es jetzt echt gerade rund also das ist echt jetzt schwer hier so gut und einfach, wo wir durchgekommen sind die letzten Gebiete, muss ich sagen, geht es hier rund echt wie Schmitzkatz so aber da brauche ich echt Hilfe deswegen muss ich die mitnehmen da ist Alexia ich brauche die alle so, jetzt muss ich den anderen noch rufen, da unten ne, da ist woanders da gewesen sie war woanders da unten weiter rein in dem geht durch nein, ich mache auch kein Licht keine Sorge ich suche mir hallo ich hole mir nur die andere noch das ist mir einfacher gelingt hier aufzuräumen ich glaube sie ich brauche sie das ist das Wichtige daran ich brauche sie so, rufen wir mal alle kommt folgt mir einfach weiter oh hallo hallo so gut, dann geht es weiter jetzt so, wir müssen nach rechts so, gut scheiße, jetzt haben wir wieder die Assis hier kommen vom Dienst kommt ihr hoch ach ach wo war ich hier noch links da verdammt so, jetzt hoffen wir mal dass alles so klar geht oh fangen wir mal an so, jetzt auch sehr gut jetzt das war's so okay und da geht's komm kommt komm 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 WTF komm 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 wo die Seen 37.000 Seen ein bisschen Haufen Zeug. So dann. Sehr gut. So und jetzt schnell Estus. Sehr gut. So, das ist geklärt hiermit. Da ist noch was. So, die Frage ist, wo geht's weiter? So, da haben wir noch was. So, da haben wir einen Fliegen. 51.000 Seelen habe ich schon. Krasse Scheiße. So, was finden wir hier? Hose-Seelen-Stolz und Drachen-Ambulett. Lass mich durch. Lass mich durch, du Assi. Hallo, lass mich durch. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Seele. So, ein Magie-Schild. Richtig gut. So, haben wir jetzt alles durch. Was das hier alles angeht. Ich glaube, hier haben wir auch. Das haben wir auch. Gut. Jetzt können wir weiter. Gehen wir mal weiter. So, da wo sie uns hinschickt. Ich denke, das ist die sinnvollste Variante. Was haben wir hier sonst so? Okay, da geht's zum Dicken. So, was geht hier? Nichts Schlimmes. Magiestein und Stein. So, okay. Sie sagt mir, ich so zum Hebel. Alles klar. So, jetzt ziehen wir mal Hebel. Gut. Interessant zu wissen. Okay, und die fällt, die springt runter. So, okay. Gut. Sehr gut. Das war's mit der. Holen wir mal die Kiste raus. Was finden wir hier? Ein Seelengefäß. Interessant. Wo geht's hier entlang? Interessiert mich nur kurz. Nur wissen, wo es hier entlang geht. Ich weiß. Ah, guck mal. Da haben wir eine Seele, eine Selden. Gut zu wissen. Wo geht's hier? Jetzt mit Leuchtfeuer. Alles klar. So. Gehen wir runter. So wie du sagst. So. Wo weiter geht's? Du bist die Führerin diesbezüglich. Du weißt, wo es hingeht. Aha. Was geht da? Okay, was ist das? Alles klar. Nee, kann man nicht. Okay. Interessant. Wagt es ja nicht. Okay. Alles klar. Gehen wir wieder hoch. Dann heißt es halt jetzt Boss-Timer. So. So. Aha. Aber das kann man sich merken, dass hier auf jeden Fall die Fackel dann ist. Interessant. So. Dann gehe ich erstmal so die Abkürzung hier. Das wird die Abkürzung hier nehmen. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück, um zu gucken, ob die Tante da ist. So. Ob sie noch da ist. So rum. Weil, wie gesagt, zu zweit hier rumzurennen oder zu dritt ist, denke ich mal, eine sinnvollere Variante. Mal schauen. Mal schauen. Das Symbol ist nicht mehr exsaltabel. Alles klar. Dann gehen wir wieder zurück. Ja. Gut. Dann heißt es jetzt Boss-Time, vermute ich mal. Da vorne den Nebel, wo wir gesehen haben. Ja, da gehen wir mal hin Wird uns wohl nichts mehr anderes erwartet So, ist sie da? Da ist sie Was haben wir hier? Haben wir irgendwas da? Nein, wir haben nichts Okay Alles klar Danke Interessant Das heißt, sie hat uns schon mal das Leben ein bisschen leichter gemacht So, hier gibt es erstmal nichts Wie es aussieht Nö, eigentlich gar nichts Aber ich habe da irgendwo ein Rufsymbol gesehen, oder? Da drüben Wow, okay Da waren Assis auf uns Assis in Kissen Wow, wow, wow Ah, da ist ein Rufsymbol Fuck So, ich brauche meine Freude Nein, da Genau Genau Zack Fuck Fuck Wow, wow Okay, er ist das Hast du ihn hinbekommen? Ja Aber mit ganz viel Schwierigkeit So, wie es aussieht So, was gibt es da hinten noch für mich? So, du hast hier mit jemanden umgepackt Triclops Okay, alles klar Also nichts Wichtiges So, dann gehen wir Oh, okay Truhe mäßig sagt sie mir Ich soll zu den Truhen gehen Dann werden wir wohl zu den Truhen gehen Okay Da haben wir draufgelaufen, oder was? Okay Truhe Was haben wir hier? Viermal Fackel, okay Da passiert nichts, alles klar Was haben wir hier? Duftzweig Duftzweig ist schon ein interessanter Abzug Aber was gibt es hier sonst? Draufkloppen Okay Mal keine Falle drin So, was haben wir hier? Giftwurfmesser Und was steht? Oh, scheiße Das war zu früh, glaube ich Nee, doch nicht Okay Mitternachtsstein Und was steht hier? Truhe voraus Ja, sehr gut So, da haben wir noch was So, klarte keinseitiger Stein Alles klar Und jetzt gehen wir los Legen wir los Was erwartet uns jetzt hier drin? Ein Boss Wow, der sieht echt furchterregend aus Ein gradioser Ritter, so wie es aussieht Wer ist das? Ist es ventrig jetzt? Ach du Scheiße Was für ein Assi Das wird jetzt lustig Ja So, mal schauen Kriege ich dich hin? Vergiftet Also vergiften kann ich schon mal nicht Sowieso So, sit Okay Okay Oh, weg 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 Das Draggling Schwerdhaus Oh, oh Das macht irgendwas Böses jetzt What the fuck Okay, ich muss weg Okay, ich muss weg Und ein Assi das trinken So Ich weiß, die Pfeile machen nicht viel Aber ich glaube Die machen halt ordentlich Schaden So Der erste Vizepräger ist das Böses Ich glaube Das ist jetzt ein Schlepp So, komm So, sehr gut Weltstadt Der Der Königseig ist Sehr gut Sehr gut Kann man sich nicht beschweren Sehr cool So Gelobt seid, ihr Sonne So Ah, und jetzt ist er weg Alles klar Geschafft Kurz gesagt Kura für Sieg Auf jeden Fall Vision von Sieg Geschafft Für Freud Auf jeden Fall Ohne die Wäre es echt Ich schwer geworden Und jo Was mich hier erwartet Verstehe ich Echt nicht Okay Keine Ahnung Was das sein soll Was haben wir hier Königs drin Okay Da ist auch die Tante da oben Wer ist das Okay Alles klar Ist das jetzt der König Kann man mit dem Rädern Kann man mit dem Rädern Nein Der Greift einen an Räder kann man nicht deswegen Anscheinend Okay Okay Untersuchen Leider passiert nichts Okay Ich kann ihn auch nicht umbringen Interessant Erzählst du uns sonst noch was? Okay Muss ich jetzt den Ring anziehen Oder was? Schauen wir mal Was passiert Wenn ich jetzt den Königsring anziehen würde Wo ist er? König Öffnet das Königstor Hm So was geht hier sonst ab? Tränen voraus Okay Er hat alles abgelegt Von seinen Sachen her Interessant Hurra Physik Okay Und töten kann man nicht Oder was? Ernsthaft Der macht auch nichts Man hat ihn jetzt Man kann ihn ankeifen Wenn man will Er macht nichts Interessant Wie man hier sterben kann Verstehe ich echt nicht So was geht sonst hier ab? Traurigkeit Ja auf jeden Fall Das kann man echt laut sagen 97.000 Seelen Haben wir jetzt parat Schon heftig Und jetzt wenig Gell Wenn sie so überlegt So den Drachenreiter Haben wir jetzt besiegt Ich frag mich echt Jetzt gerade Wo wir hingehen müssen Bin ich jetzt gerade Ein bisschen verwirrt Wie gesagt Sie sagt auch nichts mehr Und da vorne Scheint halt wirklich Der König zu sein Das ist der König Der macht auch nichts Der läuft einfach nur In der Gegend rum Man kann ihn nur anvisieren Und das war's Was gibt's hier noch Für eine Nachricht Geschafft Ja Gebe ich dir recht Aber ich würde gern Er hat einfach seine Klamotten abgelegt Leider passiert nichts Ich hab aber den Den Ring angelegt Aber es passiert tatsächlich nichts Okay Interessant Sehr sehr interessant Gut Dann haben wir das Soweit geschafft Ich beende hier mit The Part Wir sehen uns morgen Wieder bei Dark Souls 2 Skull of the First Seen Euer Davy Tschüssi Kowski